Willkommen meine Freunde zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Pokémon an, die für Pokémon Karmesin und Turpur schon bestätigt sind aus älteren Generationen und auch natürlich die, die jetzt schon von der neuen Generation bestätigt worden sind. Und des Weiteren schauen wir uns auch noch die Pokémon an, die durch die Leaks, die wahrscheinlich wahr sind, bestätigt worden sind. Also falls euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran und heute mit dabei ist mal wieder der gute alte, nette Kiyoshi. Hallo! So, als erstes haben wir die Pokémon aus der neuen Region, zum Beispiel die Starter Felori, Krokel und Quox. Wie findest du die eigentlich? Ich glaube, wir haben da noch gar nichts so richtig zu gesagt. Ich glaube nicht, also Quox ist mein Liebling, direkt als ich es gesehen habe, weil ich liebe ja Enten, wusste ich mein Pokémon. Ja, Krokel fand ich auch ganz cool, aber der sah mir, ich weiß nicht, der sah ein bisschen derpy aus und Felori war ich gar kein Fan von, aber viele Leute meinten ja, oh mein Gott, so süß, so nice, Katze. Ja, ich find Krokel und Quox auch am besten, aber Felori soll ja so eine God-Tier-Ability haben, deswegen bin ich da mal gespannt. Ja, dann wurden in den letzten Trailer noch Parmo, Fercouli und Olini, ja, announced. Und dann noch die legendären Pokémon Koraidon und Miraidon. Und das war's dann auch schon. Wir haben bisher einfach nur acht Pokémon aus der Region. Also, nicht so viel, aber okay, ist ja noch ein bisschen Zeit, bis es zum Release kommt. Und im nächsten Trailer werden wir bestimmt wieder ein paar neue sehen, von daher. Ja, ich hoffe es auf jeden Fall, weil ich will auch mal ein paar Weiterentwicklungen sehen. Ich will mal gucken, wie da die Weiterentwicklungen aussehen, weil ich hab immer dieses Trauma auch mit der Gen 2, weil da, finde ich, sind die Weiterentwicklungen der Pokémon auch überlangweilig irgendwie meistens. Also, vor allem bei den Startern. Ich find, Starter-mäßig hat die zweite Gen so die langweiligsten Entwicklungen von den Startern her. Ja, also ich weiß, was du meinst, aber ich bin da ein bisschen befangen, weil ich Turnupto einfach liebe. Aber ich weiß, was du meinst. Turnupto ist schon nicht so krass wie von der Veränderung her, wie so ein Glurak beispielsweise oder ein Lobok. Also, das fühle ich schon. Ich finde, Meghanir ist da noch am besten, vom Unterschied her. Und wie heißt es nochmal von Kanimani, letzte Form? Tyrak? Emporgator. Ach, Emporgator. Das ist für mich das Schreckste von allen irgendwie. Aber gut, egal, renten wir nicht weiter die zweite Gen. Wir kommen direkt zur Kanto-Region. Wir werden das übrigens so machen, dass ich nur die erste Stufe, also die Basisstufe der Pokémon nenne. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, von der Kanto-Region haben wir zum Beispiel Enton, dann ist darunter auch Entoron. Also, ich sag zum Beispiel Mauzi ist auch dabei, dann heißt es auch, dass da Snobiddy Cut bei ist. Genau. Und ganz kurz zur Kanto-Region. Wollen wir noch einen kleinen Disclaimer machen für letztes Mal? Ach, ja. Wir haben uns ein bisschen vertan. Joytick heißt natürlich WhatsApp. Wir. Ja, wir. Und das heißt natürlich, dass Blitzer doch noch eine Chance hat, dabei zu sein. Und deswegen Evoli-Fan95 für dich nicht getriggert. Genau. Es wird bestimmt Evoli geben. Genau, und die anderen Formen dann wahrscheinlich auch. Also so flammere Aquaner. Ja, genau. Des Weiteren gibt es noch die Pichu-Evolutionsreihe, also Pikachu und Raichu. Dann noch die Magnotilo-Evolutionsreihe. Dann Dratini-Evolutionsreihe. Cool. Finde ich nice. Genau. Und Chanaira. Also Wurnaira, Chanaira und Hightera. Genau. Ja, und zur Yosu-Region, das können wir auch noch ganz schnell mit abhaken direkt. Das gibt es auch nur bisher bestätigt. Hubelupf und Lavita. Also Hubelupf who the fuck cares. Lavita. Nice. Der Sputter ist cool. Was sagst du zu den beiden Regionen? Haben sie gut befüllt? Also ich meine, natürlich kann Torigon natürlich wieder ein paar gute, gut viele Pokémon mit am Start für den Nostalgie-Kick, aber ja. Also an sich muss ich sagen, Yoto sieht natürlich jetzt erstmal ein bisschen wenig aus. Da wird bestimmt noch was kommen. Aber ich habe auch gerade nicht so im Kopf, welche Pokémon jetzt in Schwert und Schild zum Beispiel drin waren. So, ich denke mal, die wollen das vielleicht ein bisschen so machen, dass jetzt ein paar andere reinkommen, die wir ja da nicht hatten, weil wir konnten ja nicht alle Pokémon da bekommen. Du meinst, dass die Switch auf jeden Fall gut befüllt werden soll mit den meisten Pokémon? Ja, dass man genau so fast alle von allen Spielen auf der Switch haben kann. Vielleicht nicht in einer Edition, aber allgemein. Ja, okay, ich fühle, was du meinst. Aber wichtig auf jeden Fall Dratini und Lavita. Shanaira eigentlich auch ganz cool zum Erfahrungspunktefahren dann im Endeffekt wird es wichtig sein. Aber sonst, ja, standardmäßig, Pikachu muss dabei sein. Und Mauzi und so. Mauzi haben sie auch immer. Who the fuck cares? Aber egal. Kommen wir weiter. Machen wir weiter mit der Höhenregion. Da gibt es nämlich bisher nur Winkal, die Evolutionsstufen dort. Vablu und Vipitis. Ja, Vipitis, äh, okay, ist jetzt nicht mein Favorite. Vablu, cool. Ich mag Vablu und Altaria, vor allem Mega-Altaria. Okay, nee, das können wir jetzt in der Generation wahrscheinlich vergessen mit den Mega-Evolutionen. Aber ja, Höhen, einer meiner Lieblingsregionen, leider noch nicht so gut represented hier. Was mir gerade so im Kopf gegangen ist, also in dem Moment, äh, Vipitis ist ja dabei und hat keine Evolution an sich. Aber wir spielen ja mit Zeitreisen und Schlangen häuten sich ja so. Und Vipitis ist ja eine Schlange, weißt du? Vielleicht, ne, kriegen wir ja eine Vipitis-Evolution. Das ist eine gute Frage, ja. Das könnte sein. Meine, würde so ein bisschen Sinn machen, finde ich. Wäre cool. Okay, kommen wir zur Sinnoregion. Da haben wir die Starralily-Evolutionsreihe. Also das Popen, was wahrscheinlich überall sein wird. Ja. Wadribi, ja, auf sehr vielen Feldern, so am Bäumen wahrscheinlich. Driftlon, cool. Criolu, sehr cool. Ne, Lucario, Fan-Favorite. Also das ist auf jeden Fall nice. Und Driftlon finde ich auch eigentlich ganz cool. Sinnoregion, ja, da fehlt mir noch das Knackrack. Ja. Ja, ich hoffe, das kommt auf jeden Fall noch dazu. Ja, ich glaube, das kommt auch. Und ich denke mal, Driftlon und so haben sie wahrscheinlich auch reingemacht wegen Legend Arceais. Ne, dass das so rüber... ...transferieren kannst. Ja, aber okay, die haben wir jetzt aber trotzdem nicht sehr viel von Sinn um hier. Ja. Das ist ja... Nehmen wir ja den Arceus noch. Naja, das ist auch noch ein bisschen mager. Dann aber eine der magersten Regionen, die Einheit-Region. Da gibt es die Lilip-Evolutionsreihe. Ja, ich weiß nicht. Da gibt es eigentlich, ich finde Schwarz und Weiß hat echt viele coole Pokémon am Start. Wenn ich hier auch an Kiesling, die Evolutionsreihe, denke oder an den Maulwurf, Rotomorf. Schade, dass sich da einfach nur Lilip reinverirrt hat, aber naja. Wie heißt nochmal dieser rote Dino? Rocky? Heißt der nicht irgendwie so ähnlich? Rocky irgendwas? Rock-Kaimann. Ja, genau, oder? Ja, ja. Der ist auch cool, der Unlicht-Gestein. Ja, genau, genau, genau. Ja, okay. Also da noch sehr mager, da muss er auf jeden Fall noch ein bisschen kommen, finde ich. Weil ich hoffe auf jeden Fall noch auf den Ramoth, weil ich liebe Ramoth. Oh ja, das wäre auch geil. Also Ramoth auch ein sehr, sehr starkes Pokémon. Ja. Kommen wir zur Kados-Region. Da wurde jetzt bisher nur Scampisto die Evolutionsreihe von angekündigt und Flabebe. 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 Aber, ja, auch nicht die besten Pokémon von Kados, aber naja. Ja. Alola, dann haben wir da Florberl und die weiteren Entwicklungs-Pokémon davon. Und dann Gala. Sehr leer. Ja, und Gala nur Humanolid, dieses Stein-Ding ist das, glaube ich. Ja, genau, dieses Stein-Ding ist das. Sehr, sehr weirder Name auf jeden Fall. Also die drei Regionen, also die letzten vier Regionen hat es echt hart getroffen bisher. Da wird hoffentlich noch was dazu kommen, wobei Gala... Ich finde den Unlicht-Gnom, den finde ich cool, aber ich habe nicht so viele favorite Pokémon von Gala, muss ich ehrlich sagen. Ja, Gala bin ich jetzt... Ich meine, es hat ein paar coole Pokémon, aber ich habe die auch nicht so im Kopf, aber ich habe die Edition leider auch echt wenig gespielt. Ich habe sie durchgespielt und dann ein bisschen Competitive, das war's. Ja, gut, das war's jetzt auch schon für die, die offiziell bestätigt worden sind. Jetzt kommen wir noch zu den Pokémon, die durch Leaks bestätigt worden sind. In den letzten Tagen haben wir auch gestern noch ein Video, oder ich weiß gar nicht, wann das... Also wahrscheinlich vorgestern oder vorvorgestern war das Video, wo wir über die Leaks gesprochen haben. Und durch diese Leaks wurden dann noch einige Sachen, beziehungsweise einige Pokémon, die wohl auch in der Region vorkommen sollen, geleakt. Und diese sind von der Kanto-Region jetzt zum Beispiel. Blutzug, Omut, Mushas Austaus, Nebulak, Apollo, Gengar, Smogmog und Smogmon. Ja, das sind auf jeden Fall ein paar starke Pokémon, wie ich finde. Ja, Gengar natürlich. Die Gengar-Evolutionsreihe, die Mushas Austaus, finde ich auch immer sehr cool. Von daher sind schon ein paar gute dabei. Smogmog auch cool, finde ich aber Gala-Smogmog sogar cooler, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, das hat es mir irgendwie angetan. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Zusatz wieder, wobei es bei Kanto eigentlich ja nie irgendwie an Pokémon mangelt, die im Pokédex vorhanden sind. Aber naja, kommen wir jetzt zur Joto-Region. Da haben wir die Voltilam-Evolutionsreihe, ziemlich gut. Ich liebe Ampharos. Ampharos ist wirklich eines meiner Lieblings-Gen-2-Pokémon mit Skaraborn zusammen. Obwohl, ne, Skaraborn ist Gen-1, ne? Skaraborn ist... Oder ist es doch Gen-2? Ne, ich glaube, es ist Gen-1 mit Pinsir zusammen. Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Aber ich kann mich nur an Gen-2 erinnern, wo ich Skaraborn gespielt habe. Ne, Gen-2 ist das, glaube ich. Ja, ja, safe, safe, safe. In den Bäumen konntest du es immer... Naja, das ist nicht Gen-1, das ist safe. Gen-2. Ja, das ist auf jeden Fall auch schon mal ganz nice. Hundemond, Sonnflora. Ja, ich weiß nicht, Sonnflora müsste jetzt nicht so sein. Hundemond trotzdem noch ganz cool, so, wie es gefällt. Dann in der Höhenregion bekommen wir dann noch die Kind-Form-Evolutionsreihe. Ja, geil. Ne, Brutalando. 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 Ein guter Spitzname fürs Pokémon. Brutalando. Brutalando natürlich MVP-Pokémon. Also hat sehr, sehr viele Fans. Dann Sinn-1-Region, was uns auch freuen wird, ist natürlich die Knackack-Evolutionsreihe. Die wurde auch so gesehen geleakt. Das ist auch ganz nice. Und Rotom. Ja, wer weiß, ob es als Dex auch wieder am Start sein wird. Fände ich eigentlich ganz cool, weil Rotom ist ein cooles Gimmick geworden in den letzten Jahren. Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, Rotom wird auch so das Pokémon, was sie immer in jede Generation jetzt reinmachen. Weil sie immer so dieses, weißt du, mit Rotoms Fähigkeiten reinmachen. Ja. Also wann war Rotoms letzt nicht dabei? Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Dann kommen wir zu einer Region. Da haben wir Zora und Zoroak. Auch natürlich geile Pokémon. Mit auf jeden Fall auch Fan-Favorites. Carlos-Region haben wir Frigometri. Die Dateri-Reihe. Auch süß. Das ist so ein geiles Pokémon. Also Dateri, richtig nice. Also da freue ich mich drauf. Immer competitive damals. Und dann noch die Viscogon-Reihe. Auch cool. Der kleine Giftmann. Auch ganz nice. Ja. Warte, nee, war Viscogon nicht Drache? Dieser Schleimdrache? War der nicht auch Gift? Vielleicht war es ein Giftdrache. Ja, vielleicht Giftdrache. Ich glaube, ich habe es nur falsch im Kopf. Ich glaube, er war auch nur Drache. Jetzt, wo du es erwähnst. Dann aus der Alula-Region haben wir noch Gar-Stella und Agro-Stella. Ja. Die sind auf jeden Fall Gift, soweit ich weiß. Ich hoffe, ihr seid wirklich nichts Falsches. Das weiß ich nicht. Die habe ich nicht gespielt, die Edition. Aber ich finde die Namen gut. Agro-Stella. Ja, Agro-Stella ist ein richtig nicer Name. Dann aus der Gala-Region zu guter Letzt noch Kami Harps, die Entwicklung. Klonkett, also das ist dieses Kohle-Pokémon. Und dann Raffel, die Entwicklung davon noch. Und dann gibt es noch die Confirb-Net-Wicklungen. Die haben wir auch durch die Leaks bekommen. Und die beziehen sich alle nur auf Gen 2. Das sind nämlich Felino, Kramux, Girafarig und Dummiesel. Die sollen eine Entwicklung bekommen. Und somit müssten die ja wahrscheinlich auch so im Spiel sein. Ja, und es wird dann interessant, wie sie das halt bei Felino und Kramux machen, weil die haben ja an sich schon eine Entwicklung. Ja. Ob das dann so Galagladi-mäßig passiert mit, die haben dann... Aber Dummiesel immer wieder. Jedes Jahr kommen sie mit Dummiesel. Ja, Dummiesel. Ich hoffe, es kommt auch endlich. Ja, sonst halten die alle nie ihre Fresse. Ich schwöre, alle wollen Dummiesel immer. Aber Dummiesel ist für mich... Also, klar ist ein Gen 2-Pokémon. Aber geht es dir auch so, dass du immer denkst, dass das Gen 3 ist? Dummiesel? Oder geht das nur mir so? Irgendwie habe ich das immer in Gen 3 überall gefunden. Nee, ich weiß nicht. Also Gen 2, doch, doch. Das Design und so sieht für mich auch sehr Gen 2 aus. Ich weiß nicht, für mich hat es Gen 3-Wabes. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht geht es ja irgendwie in den Kommentaren genauso. Aber bei mir ist es mit Felino so. Felino und Kramux, das sind für mich eigentlich Gen... Gen... 4? Ja, Gen 4-Pokémon. Weil überhaupt im Sumpf die ganze Zeit am Start ist. Und Kram-Chef natürlich der MVP von Zyrus ist. Geht mir zwar nicht so, aber ich kann es nachempfinden, weil es... Mir so mit Dummiesel halt geht. Ja. Ja gut, Leute, das sind auf jeden Fall die Pokémon, die jetzt noch geleakt worden sind. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und schreibt auch gerne euer Favorite-Pokémon rein, was ihr gerne in der neuen Region auch antreffen wollt. Schaut gerne beim Leak-Taz vorbei. Twitch-Kanal ist unten verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao. 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 Amen.